So, dann sagen wir mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Day. Ich bin der Zoograuk, mit dabei ist die Schlumpfine und der Joe. Hallo. Hallo. So, Kohle war extrem ergiebig. Fand ich voll cool. Hatte ich nicht mitgerechnet jetzt. Ja, das ist richtig. Und da habe ich gar nicht mitgerechnet. Also das heißt in die nächste Stadt, wenn wir da wieder Kohle finden, das ist das einfachste und Kohle abzuräumen. Ach komm du, jetzt habe ich keine Dietrich mehr. So. Kannst du doch welche herstellen, oder? Ja, aber nicht hier. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt gerade, keine Ahnung, 10 Stück hatte ich noch. Die nehmen mal ganz schnell weg, ne? Ja. Zapfsäulen können wir jetzt noch eben leer machen. Ja, auch aufeinander bauen. Da ist ein toller Krams drin. Warte mal. Da ist nämlich Stahl drin. Da ist nämlich Stahl drin. Lohnt sich. Du hast nicht genug Ausdauer. Mhm. Ja, und überladen bin ich auch schon. Ran ans Moped. Ja. Oder nicht eine Kiste aufstellen. Ich denke, das Moped sollte es erstmal tun. Oh. 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 Aufstauen. So. So. Na komm. So. Will ich her? Verschlossen. Aber warum denn? Als wenn die uns nicht haben wollen. So. Oh. Jungs, wo kommt die hin her? Sind sie drin? Ja, ich bin gerade hier in der Eingangspür, ja. Wie ne Wäscherei, ne? Aber irgendeiner ist hier, macht auch nicht... der Rabatz und ich weiß nicht, wo er ist. Ach, da oben bist du. Ja komm mal runter, Herr Spucker, du. Guck mal runter. Nee? Guck mal hier. Ja, der kommt da. Ich weiß noch, der fällt da runter. Das liegt da. Das liegt da. Gibt gleich Teule. So. So. Ja, das war auch, ne? Licken die, die machen nicht mehr mit. Da steht noch einer auf dem Klo zu liegen. Steht noch einer am Klo zu liegen? Ja. Ja. Ich mach Tür auf und nimmst du Pfeil. Warte mal. Ja. Na? Na, die ist Waffen. Oh, hier auch. Hi. So. Ach, guck mal hier. Die hat aber einen heißen Stuhl gehabt. So, der ist aber gleich durchgegangen. Ach du Himmel, ja. Ja, da gab's Bohnen. So, warte mal. Da ist vorne, der sieht ja, ne? Oh. Zwei in Reihe. Ich komm hier nicht durch. Wieso nicht? Ach doch, jetzt geht's. Wo bist du? Die fallen am meisten von der Decke. Was machen die eigentlich in der Zwischendecke? Sag mal. Ja, sag ich doch. Gott. Oh Gott, oh Gott. So. Zub. Was geht da noch? Milu ziehen. So, hier im Lokum ist keiner. Auf den Kühlschränken liegen noch Sachen. Warte, was haben wir denn hier? Ja, ich guck, ob keiner guckt. Sieht gut aus. Ne, zwei Kartoffeln. Lecker, heute haben die Pommes. Jawohl. Oh. Warte mal. Der Rocker ist so ein bisschen hartnäckig. Hm. Oh, Chrysanthemen ohne Ende. Ja, das gibt die. Oh, hier ist aber noch richtig. Bruder Krams, du. Bruder Krams. Oh Mist, ich hab keinen Dietrich mit. Hat noch einer Dietrich mit? Nein. Aber hier in der Kiste kannst du noch mal schön ordentlich was lesen, nenn? Ja. Byring und Tech Planet. So. Hier. Das ist Handfeuerwaffe. Forge. Zwei Stück. Oh, das ist immer gut. Äh, da. Parallelstation. Nur noch vier. Nur noch vier. Sehr gut. So. War's drin? Gucken. Äh, Handyland, der Schlagmann, das will ich mal lesen, das hab ich noch nicht. Mhm. Ja, dann haben wir hier noch einen Baseball-Mützen-Mod, einen Verbands-Casten, oben Armbus-Teile und ja. Sehr gut. Ja, dann war's das hier. Das Dummes noch kommt hier nicht raus, ne? Hier ist kein Schlüssel, nichts. So, gucken wir mal kurz hier rin. Ja. Hier waren aber noch was zum Essen kochen. So. Oh, hier ist auch noch Stoff, zack. Da war's hier schon drin, ja, ne? Nein. Ja. Da war ich noch nicht. Oh, ein sechster Knüppel. Oh, hä? Hä? Wir haben ja auch einen selbst gebaut, oder ne? Aber das kommt alles mit. Gut. Wir brauchen hier noch alles. Heute haben wir's, äh, Horde, ne? Mhm. Da freuen wir's jetzt schon drauf? Ja. So, was haben wir denn da? Ah, das ist schon nicht fackig. Guck mal hier. Benutz mal. Leicht überladen. Na gut. Schlafen die hier wohl noch? So, und weiter? Die sind... Die sind... Die sind... Die sind... Die sind... Die sind... Die sind alle tot und müde. Ja. Tod und müde. Was ist das hier? Dreck. Hier. Ja, das war das eine Dome. ach du himmel umso viele immer in die knie schießen nur nicht einer nicht einer etwas getropft hier was ein verein hier schweinerei oder diese geil sind alle schwaben hundertprozentig das ist ja oft jetzt in linie rum wir willen aber wegen sowas nicht also wieder morgen liegen hier in erster da du es geht ja schon wieder hunger ehrlich das nur am nölen ja so ich habe was für dich zum lesen handy land ist auch deins oder ne reparatur werkzeuge das meins das ist da gerne sehr gut und gut ich habe auch bücher wer kriegt handy land ich und tue dickes kriegst du auch naja bitteschön danke dir erst mal ausladen wo ach da ja genau da ist auch mal dass man was drinnen nehmen wir auch gleich mit bis zum gewicht verlagern hier allöchön knüppel für alle bis die ausdauer wo ist denn die hin 2552 xp nicht schlecht kann man mit leben ja na komm lauf mal gehen wir auch noch mit hier so mopete ist voll tasche voll ja was will man mehr jetzt nach hause erst mal ausleihen ja und den hunger bekämpfen ja ja genau ja 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 und sprit fahren 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 ja absolut ja so was ist das hier eigentlich für ein laden waren wir schon mal ne waren wir da schon drin da muss ich mal kurz gucken Sekunde da ist ein klamottenladen ne ja hier gibt es gute sachen von saale da da ist er gucke oh oh Mist oh doch erwischt oh doch sehr gut der ist mehr vor schreck gestorben glaub ich ja warte mal wo wohnen wir denn jetzt hier irgendwo nach dahinten ist hier aus rein ins haus mora genau wie die roggers nimmer rennen in die hütte so und da ja noch nicht nachts ist genau bleibst hier du bleibst hier hier lang da wo der wald ist müssen wir hin ich nehme die ja der sprit auch da rein so genau so haben wir die kohle leer das ist schon großartig tja und nun mal zu zementbude hin mal gucken was da noch zu machen ist oder ich habe ich habe noch keine gemacht habt ihr welche gemacht dafür sind noch da ja ich müsste was essen deswegen sind wir hier ja 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 wir können wir da hin tun michael hallo und herzlich willkommen so was wollte ich ja nicht wollte einmal zum händler runter mal gucken was daran krams hat was mit runter nehmen zum verhökern ja gold und silber zeug aber ich brauche dir mal da einer mit medizin da noch was drin muss ich immer reingucken ob ich noch was brauchen so kam die kohlen rein da so im politik wenn damit 19.000 kohle haben war sehr gut die doch gut aus das großartig 12 15 naja gut ist trotzdem die trotzdem gut aus auf jeden fall hände leer trinken und dann gucken wir mal nicht da bin ich mit dem dingchen mit meinem buhle man war da drüben da sei weil ich weiß ich habe da wieder neue ware gekriegt hat wenn ich die nicht sagen hat 14 hatte so keiner drauf geachtet denke ich mal doch mal da ist noch hat einer ganz schön angehauen zeug verkaufen ist auch so was hast du feines schmiede messbecher wovon brauchen wir messbecher für die chemiestation brauchst du die nachher haben wir noch nicht wie ich jetzt kein haben wir keine wieso haben wir keine messbecher sonst wieder mal dann nehme ich den mit dann kauf ich den hier mal geschmiedes stahl nein schießpulver was haben wir sonst noch nix tolles hat er mich ein bisschen munition hatte hier noch was ist das 47 gute preise hat aber ja die sind immer schön 43 ton für eine patrone sie nicht so mit haben oder nicht mit haben wieso hat er keine chemiestation hier sag mal die hätte ich gekauft so warte mal wo haben wir jetzt noch hinter mir ich fahr nochmal zum anderen händler mal gucken vielleicht hat er noch was tolles ein kilometer weg du das ist ja ein ende ne ja gut naja ne also bereift geht es noch ne mit motor dran alles super ja 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 Was ist hier schon drin? Hier ist aber ein Checkpoint. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht drin. Kann möglich sein. Ich glaube, bei allen waren wir auch noch nicht. Das ist einer von diesen blutigen hier. Oh. Obala. Woops. Oh. Okay. hier gibt es diese Rennfahrer auch so war Herrlich ne? Herrlich so ja vielleicht auch das zielen üben was hast du den fein ist? lass mal gucken ne 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 woher? blei leih komm so 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 ach gut da war der Aufgang ok ja schlappmann ähm die Sandy Zeug was sind das? ist das äh Reparaturwerkzeuge ja oh ne was war das andere was du brauchst es für die ah da brauchst du viele ne? für den Bohrer ja für den Bohrer die Sachen haben wir schon zusammen nur die Heftchen noch nicht gell? was waren das für welchen? wie hießen die noch? äh ich brauche äh Erntewerkzeuge also tuldig ist der auch nix tolles du das ist ja wieder traurig ach komm wir geben ein bisschen Geld aus ich nehme ja Klebe dann mit ja Feuerrafen Teil 2 keine Ruhe jup so so kommt jeder nachher auf einmal hallo? ne 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 nicht so schnell oh oh so das haben wir ja gerade 1535 ok das geht ja noch dann machen wir ja auf dem Weg nach Hause so kommt da wir ja dann ja dann wir sie die dem wenn ja ich qu die haben wir es